Ahoi und herzlich willkommen bei Kielwasser Feine Boote. Wir haben mit großem Bedauern die Absage der Berliner Messe Boote und Pfand zur Kenntnis genommen, respektieren aber natürlich die Entscheidung um das Messeteam von Daniel Barkowski in der jetzigen Situation. Wir wollen Sie als unsere Interessenten aber nicht ohne Informationen über die Boote in den Winter verüberlassen und senden Ihnen deswegen diese Botschaften, in der wir die Boote präsentieren und vorstellen wollen, die wir auf der Messe hätten zeigen können. Mit der Intender-Serie bietet Interboot einzigartige Crossover-Modelle, die die Vorteile der klassischen Sloop mit Ideen aus dem Sportbootbereich kombinieren. Die Intender 650 ist die Nachfolgerin der erfolgreichen Intender 640. 2,50 Meter Breite geben im Cockpit genügend Raum für bis zu 8 Personen. Mit leisen und sparsamen Dieselmotoren von 16 bis 75 PS oder Elektromotoren mit 4,3 oder 11 kW Leistung bestimmen Sie, wie zügig Sie vorankommen. Wenn Sie dieses oder auch ein anderes Boot persönlich ansehen wollen, sind Sie uns gerne und jederzeit in der Ausstellung in Werder an der Havel willkommen. Ansonsten würden wir uns freuen, Sie im nächsten Jahr während der Messe, auf die wir uns auch schon sehr freuen, begrüßen zu können.